Musik Sehr schön, sehr guter Service, tolles Ambiente, viel Attraktion. Ich bin das erste Mal hier bei Daimann auf dem Sommerfest und ich bin restlos begeistert davon. Ich würde jederzeit wiederkommen. Das Wetter ist schön, gegessen habe ich noch nichts, kommt gleich, aber sonst. Viele Leute hier, schön. Musik Wir hatten drei tolle Tage. Musik Beginnend mit dem Freitagabend mit Michael Nahten. Am Samstagmorgen war es leider etwas eingetrübt. Beim Golfturnier sind die Gäste etwas nass geworden, aber auch nur für eine halbe Stunde. Und dann riss der Himmel auf, wie es dann so ist, wenn Engel feiern. Und wir haben dann gestern Abend noch einen tollen Abend verlebt mit Tobias Schütte, Jazzorchester, mit Jazzklängen bis gestern Abend elf, halb zwölf. Dann sind die Gäste reingegangen und haben dann noch ein bisschen weiter gefeiert. Und heute Morgen, wie man sieht, tolle Stimmung, viele Gäste, ein toller Tag, Tag der offenen Tür. Die Gäste sind, glaube ich, alle zufrieden und wir sind es dann auch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020